So, wir wählen jetzt mal die neuen Klassensprecher. Mara, Alena, Katharina und Sascha. Ihr vier könnt so lange rausgehen, das betrifft euch ja nicht. Schauen wir die Karten? Können wir es vielleicht heute ein bisschen stürbiger schneiden? Die Grünkohlsuppe für mich, bitte. Und für Sie? Ja, Sie werden ja dann sehen. Aber bitte ohne Meeresfrüchte, ich bin... Nein, nein, nein. Sie wissen doch genau, dass die Wahl nicht bei Ihnen liegt. Nein, finde ich nicht fair. Warum haben alle eine Stimme außer wir? Es heißt, wir sind alle gleich. Und trotzdem zählt unsere Stunde nicht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020